Ich habe seit langer Zeit überhaupt nicht mehr geträumt. Wenn ich schlafe, schlafe ich wie tot. Jemand wollte die Gammawellen in meinem Gehirn messen. Sie sagten, weißt du, unsere Maschinen sagen, du bist tot. Ich möchte gerne eine Frage zum Thema Bewusstheit stellen. Zum Beispiel, wenn ich schlafe, bin ich mir das nicht bewusst. Oder wenn ich träume, bin ich mir nicht bewusst, dass ich träume und denke, es ist echt. Deshalb wollte ich fragen, was passiert mit dir, wenn du schläfst? Oh, mir? Wer hat dir gesagt, dass ich schlafe? Ich weiß es nicht. Ich dachte, jeder Mensch muss schlafen. Was können wir da tun, damit ich bewusster bin, wenn ich schlafe? Eine Sache ist leider, dass es in meinem Schlaf keine Unterhaltung gibt. Ich träume nicht. Ich habe schon lange nicht mehr geträumt. Es gibt einfach keinen Traum. Ich, wenn ich schlafe, bin ich wie, ich schlafe, als wäre alles tot. Deshalb schlafe ich nur sehr wenige Stunden, weil ich schlafe, als wäre ich total abwesend, vollständig abwesend. Du denkst immer, Bewusstheit sei geistige Wachsamkeit. Geistige Wachsamkeit ist etwas anderes. Bewusstheit ist etwas anderes. Wenn du geistige Wachsamkeit als Bewusstheit bezeichnest, dann ist ein Hund viel bewusster als du. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht wahr. Ein wildes Tier ist weitaus bewusster als du. Ist das so? Das ist nicht wahr. Es ist geistig wachsam. Wenn du ständig in Umständen bist, in denen dein Überleben auf dem Spiel steht, wirst du geistig wachsam werden. Denn diese geistige Wachsamkeit macht dich nicht bewusst. Bewusstheit unterscheidet sich nicht von Lebendigkeit. Deine Lebendigkeit ist Bewusstheit. Du weißt, dass du am Leben bist, nur weil du dir dessen bewusst bist. Nicht wahr? Ist das nicht so? Woher wusstest du sonst, dass du am Leben bist? Woher weißt du, dass du existierst? Weil du dir dessen bewusst bist. Wenn wir von Bewusstheit sprechen, sagen wir nicht, dass du überhaupt nicht bewusst bist. Wenn du dir überhaupt nicht bewusst wärst, würdest du nicht wissen, dass du hier bist. Du bist bewusst. Es ist nur so, dass du dir nicht über das ganze Ausmaß bewusst bist, was das ist. Du bist dir nur eines Teils dessen bewusst, was das ist. Wenn wir dies also einen Mechanismus betrachten, Dies ist eine Art Mechanismus, ein unglaublicher Mechanismus, aber es ist immer noch ein Mechanismus. Nur einige Teile bist du dir bewusst. Du bist dir nicht des ganzen Mechanismus bewusst und der Möglichkeiten, die er bietet. In diesem Zusammenhang sprechen wir von Bewusstheit. Verwechsel nicht geistige Wachsamkeit und Bewusstheit. Denn geistige Wachsamkeit kann ein- und ausgeschaltet werden. Bewusstheit kann nicht ein- und ausgeschaltet werden. Sie ist einfach da. Das Leben ist Bewusstheit. Bitte schau, es kann nicht anders sein. Was du als Leben bezeichnest, ist ein bestimmter Bewusstheitsgrad, nicht wahr? Bist du also bewusst? Ja, ich bin am Leben. Bin ich geistig wachsam? Überhaupt nicht. Es gibt keinen Geist in mir. Wenn ich schlafe, schlafe ich wie tot. Dies ist mir vor etwa 13 Jahren oder so passiert. Normalerweise unterziehe ich mich solchen Dingen nicht. Ich halte das für eine Demütigung. Aber ich war in eine Verpflichtung geraten, wo... Ich musste mich dem fügen. Und da wollte jemand die Gammawellen in meinem Gehirn messen. Und sie sagten, wir wollen messen. Also habe ich mich darauf eingelassen und sie haben mich komplett verkabelt. Wenn ich gewusst hätte, wie viele Kabel, hätte ich noch im letzten Moment Nein gesagt. Aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, haben sie sie alle angebracht. Dann sagten sie, meditiere. Ich sagte, ich kenne keine Meditation. Sie sagten, was? Du lehrst Meditation, das ist etwas anderes. Für Menschen, die nicht wissen, wie sie sein sollen, lehre ich Meditation. Aber ich kenne keine Meditation. Ich meditiere nie. Ich sagte, schaut, wenn ihr möchtet, kann ich einfach still sitzen. Sie sagten, okay, sitz einfach still. Also saß ich einfach da. Nach einiger Zeit spüre ich dann, dass jemand dies, dies, dies mit mir macht. Ich dachte, okay, die legen noch ein Kabel oder so und ließ sie einfach machen. Dann fingen sie an, mich mehr zu pieksen. Und so, so und so. Ich sagte, okay, und öffnete meine Augen und fragte, okay, hey, was ist los? Sie sahen mich alle an wie, du weißt schon, entweder ist etwas passiert, wie meine Augämpfel sind herausgefallen oder ich weiß nicht, ich sah aus wie ein Alien oder so. Ich fragte, warum, was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Ich habe meine Erscheinung nicht verändert oder ähnliches. Sie sagten, weißt du, unsere Maschinen sagen, du bist tot. Zumindest könntest du hirntot sein, denn alle Linien sind völlig flach. Ich sagte, das ist eine tolle Diagnose, die ihr habt. Also, dass das Gehirn am Leben ist, dafür kann ich mich nicht verbirgen. Aber ich bin am Leben, das könnt ihr sehen. Der Rest ist eure Angelegenheit. Es ist nur so, wenn der Verstand ausgeschaltet ist, gibt es keine geistige Wachsamkeit. Und das muss auch nicht sein. Denn du musst nicht wie ein Tier schlafen, das ständig bei jedem kleinen Geräusch, du weißt schon, deine Ohren spitzt. Deshalb hast du auch nicht diese Ohren bekommen, die du bewegen kannst. Du siehst, wie eine Katze oder ein Hund schläft. Immer ein bisschen... Du musst nicht so schlafen. In deinem Schlafzimmer geht es nicht ums Überleben. Das ist doch kein Thema, oder? Du kannst das ganze verdammte Ding abschalten und schlafen. Also, wenn ich in der Wildnis schlafe, schlafe ich anders. Weißt du, wenn ich draußen übernachte, schlage ich kein Zelt auf, sondern schlafe einfach auf einem Baum. Dann schlafe ich auf eine andere Art und weiß, ich bin ständig wachsam, weil ich auf einem Ast sitze. Entweder könnte ich herunterfallen wie der Apfel, der vor langer Zeit heruntergefallen ist, oder ein Elefant könnte mich herunterholen, oder eine Schlange könnte mich erwischen. Also, nun bin ich geistig wachsam. Aber wenn du in deinem Bett schläfst und wenn du nicht verheiratet bist, kannst du deinen Überlebensprozess abschalten. Es gibt keine Gefahr. Geistige Wachsamkeit ist also notwendig für das Überleben. Es ist nicht Bewusstheit. Bewusstheit ist sowieso vorhanden. Dagegen kann man nichts tun. Nimmst du die Ablenkungen weg, ist sie voll da. Sie ist immer ganz da. Aber um sich dessen bewusst zu werden, musst du die Ablenkungen weglassen. Was auch immer du zu tun versuchst, welche Form der Meditation du auch immer praktizierst, alles, was du zu tun versuchst, ist, deine Verwicklung in die Ablenkungen zu beseitigen, sodass diese Lebendigkeit für dich Wirklichkeit wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mit dem Ablenkungen wegl Mustang